Okay, meine Damen und Herren, kannst du einfach jetzt ein paar Zolläufe... Ja, da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht geil ist! Applaus für die Jungs, Männer! Gut, es ist... Oh, du bist! Sensationell! Nee! Ja, du bist! Dann, du bist! Du bist! So, und wenn ich euch jetzt sage, dass einige von den Nehren eine Straßenzulassung haben. Ja, ich sage euch das, einmalig, die sind natürlich auch nervös, hier und da verschalten sich mal ein bisschen, die fahren sich jetzt noch ein bisschen warm, deswegen machen wir heute erstmal den 15-minütigen Showlauf. Hey, ich will auch sowas haben. Ich bin begeistert. Das war's.